Hallo hier bei Justins Wetter zu einem Update jetzt am Nachmittag. Wir werden jetzt die kommende Woche mal ein bisschen genauer durchgehen, werden dann auch noch bis in den August drauf schauen und zum Ende schauen wir auch noch auf die Noah, was die da so berechnet für den August. Am Anfang habe ich jetzt erstmal zwei Bilder mitgebracht. Wir fangen mit diesem Bild an hier von dieser heftigen Gewitter- bzw. Unwetterzelle in Ehingen an der Donau. Danke Mete fürs Zusenden dieses Bildes und dann noch ein Dank an John für dieses grandiose Bild, das er mir zugeschickt hat von wirklich diesen Hagelmassen, die dann hier die Einfahrt runtergerollt sind und das war in der Nähe von Stuttgart. Also danke John. Und generell wollen wir uns jetzt anschauen, ja ob es denn jetzt so bleibt mit diesen Gewittern bzw. Unwettern. Immer wieder sind dann doch jetzt extreme Berechnungen drin bei den Läufen und die schweren Unwetter könnten dann auch wieder zurückkommen. Jetzt zum Beispiel am Montag wird aktuell eine Gewitter- bzw. Unwetterfront gerechnet, die aus Südwesten auf Deutschland übergreifen würde und dann würde es zum Beispiel in den Alpen so aussehen. Und wenn ihr Fotos, Bilder, Videos habt, könnt ihr mir sie gerne an justinswetter.gmail.com schicken. Auf meiner Gmail-Adresse geht das auch. Außerdem könnt ihr es auch zusätzlich auf Instagram, Facebook und auf Discord tun. Alles habe ich hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wollen wir jetzt reingehen in das aktuelle Wettergeschehen, schauen wir auf die Großwetterlagenkarte vom 18.07. Und da sehen wir dann sehr, sehr viele Hochs hier Richtung Nordatlantik und Richtung britischer Inseln, Richtung Island, diese ganzen Hochs, die hier dann doch angesiedelt werden. Im Süden das alles eher mehr mit Hochdruck. Und zusätzlich wird es dadurch auch schwüler und vor allem die Süd- und Osthälfte bekommt dann doch sehr, sehr warme bis heiße Temperaturen doch ab. Vor allem hier im Süden bis in den Osten sicher strecken doch Temperaturen in 1500 Metern Höhe, die dann doch Richtung 18 bis 20 Grad gehen würden. Schauen wir uns jetzt die Höchstwerte vom 15.07., also jetzt vom kommenden Montag an. Und da sehen wir dann noch sehr, sehr gut der Süden, sehr, sehr warm bis heiß, der Osten sehr, sehr warm Richtung Nordwesten, aber deutlich kühler. Hier hätten wir Temperaturen zwischen 13 und 23 Grad im Süden und Osten, Temperaturen wieder durchaus bis zu 30 Grad, teilweise sogar mehr. Und dann wollen wir uns jetzt mal die Gewitter bzw. Unwetter anschauen, die uns da erreichen könnten. Vor allem der Südwesten würde dann diese deutlich erhöhte Gewitter bzw. Unwettergefahr bekommen. Auch nach dem zweiten Modell gut zu erkennen, hier Richtung Südwesten, in diesem Fall das GFS-Modell. Und zum Schluss noch das alte Modell, das dann hier Richtung Südwesten, Richtung Grenze Baden-Württemberg und Frankreich, einen schweren Gewitter bzw. Unwetterklopper sieht. Die Cape-Werte dazu auch im Süden deutlich erhöht und dann ziehen halt diese Gewitter in diese schwülheiße Unwetterluft hinein. Und dann könnten dann wieder örtlich Superzellen mit dabei sein mit Hagelstarkregen und auch Sturmböen. Schauen wir jetzt mal weiter auf die Höchstwerte. In diesem Fall am 16.07. verbreitet sehr, sehr warm bis heiß mit Werten, die dann doch Richtung 25 bis 30 Grad wieder einsteigen können. Einen Tag später, der 17.07. vor allem Richtung Osten sehr, sehr warm bis heiß, aber eigentlich in ganz Deutschland Temperaturen zwischen 23 und 28 Grad. Wie gesagt, Richtung Osten auch mal 30 Grad zu erwarten und der 18.07. vor allem hier Richtung Grenze Polen, Tschechien zu Deutschland. Also Richtung Oder und Neiße Temperaturen zwischen 33 und 34 Grad. Wenn ihr berechnet eigentlich in ganz Deutschland Temperaturen zwischen 25 und 32 Grad, die hier erwartet werden. Und dann am 20.07. könnten sich dann wieder aus den Alpen heraus schwere Gewitter bzw. Unwetter bilden. Wollen wir nicht genauer drauf eingehen. Und die Kälbwerte werden nach jetzigem Bestand auch wieder erhöht. Aber zum Glück muss man sagen, sind diese wirklich sehr, sehr extremen Läufe jetzt raus. Sowas von extreme Hitze könnte uns dann am 21.07. beschäftigen. Mit einer sehr, sehr heißen Südwestströmung. Mit wirklich extrem heißen Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Und dann dann noch der 21.07. der Lauf P07. Nach dem 18er Lauf hätte dann die Hitze weit eher an Deutschland vorbeigebracht. Ja, vorbeigebracht mit Temperaturen in 1500 Metern Höhe, die dann doch Richtung 20 bis 25 Grad gegangen wären. Also, was halten wir fest? Die Hitze wäre dann doch wieder da. Ja, aber diese massiven Läufe oder diese Extremläufe erstmal wieder weggerechnet. Da kann man sagen, Gott sei Dank. Niederschlagsmengen wollen wir uns auch noch anschauen. Und da sehen wir dann doch sehr, sehr gut hier im Süden diese deutlich erhöhten Niederschlagsmengen. Von bis zu 70 Liter pro Quadratmeter. Wir hätten ja diesen Lauf, den ich heute Morgen auch nochmal erwähnt hatte, mit diesen enormen Niederschlagsmengen. Und zum Glück ist der jetzt raus Richtung Nordhälfte, eher weniger Niederschläge. Und dann schauen wir uns noch möglichen Trend für den 4.8. an. Und dann hätten wir wieder nach dem CFS-Modell eine sehr, sehr warme bis heiße Südwestströmung. Mit Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Bei uns in Deutschland zwischen 15 und 20 Grad. Und die Temperaturabweichung dann für den August sähe dann doch eher gemittelt aus. Vielleicht 0,5 bis 1 Grad wäre es dann doch zu warm. Das war es schon wieder mit diesem kurzen Update. Wir sehen uns dann, denke ich mal, morgen früh wieder in der morgendlichen Wettervorsage. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lassen würdet. Schaut gerne in meinem Merchshop vorbei. Auch gerne auf, ja, werdet gerne Kanalmitglied. Da würde ich mich auch drüber freuen. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Also, wir sehen uns morgen.